Wenn du Hollywood-Schauspieler werden möchtest, dann solltest du es unbedingt können. Nur im Verkauf ist es wichtig, du selbst zu sein. Hier ist dein Oliver und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Einfachverkaufen. Ja, eins vorweg, wenn ich mich heute ein wenig nasal anhöre, dann liegt das daran, dass ich mich am letzten Wochenende mit einer richtig schönen Sommergrippe beschäftigt habe. Und ich gebe heute trotzdem mein Bestes, um euch auch in dieser Folge so gut es geht, neuen und vor allem verständlichen Content zu liefern. So, nochmal ganz kurz zurück zu meiner Hollywood-Schauspieleraussage. Die meisten Menschen haben das Gefühl, eine Rolle spielen zu müssen, um gesellschaftlich anerkannt zu werden. Weil sie eben das Gefühl haben, wenn die anderen mich dann so akzeptieren, dann gehöre ich auch dazu. Und so machen das auch viele Verkäufer, was leider ein Trugschluss ist. Ich kenne einen Menschen sehr gut, der genau das Gleiche versucht hat, damit am Ende jedoch nicht den Erfolg hatte, den er sich gewünscht hatte. Und dieser Mensch war ich, Oliver Bestier. Und viele Menschen kennen mich als den taffen Business-Menschen, der wie im Tunnel für seinen Kunden versucht, neue Möglichkeiten zu finden, sich und sein Unternehmen noch einfacher und besser zu verkaufen. Und auf der anderen Seite bin ich der lockere, humorvolle Typ, mit dem man am Abend gerne mal ein bisschen länger sitzen bleibt, weil es so viel zu lachen gibt. Ja, all das sind natürlich Aussagen meines Umfeldes. Und am Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich diese Rolle des Business-Menschen auch mit ins Privatleben genommen. Oder eben am Abend beim Essen genauso gespielt, wo mich Menschen, die mich kennen, darauf angesprochen haben, du sag mal, Olli, ist alles okay mit dir? Du wirkst heute so angespannt. Und dabei war ich das ja gar nicht, sondern ich war immer noch in dieser Rolle gefangen und merkte, dass ich da unbedingt rauskommen muss, weil ich eine wichtige Sache damit verliere, was heute einer der Gründe dafür ist, warum ich noch viel lockerer und erfolgreicher mit meinen Kunden arbeite. Und zwar meine Authentizität. Menschen kaufen bei Menschen. Und am liebsten bei Menschen, die eben authentisch sind, weil sie dann wiederum wissen, du bist wirklich so, wie du bist. Und das baut ein unheimliches Vertrauen auf. Es gibt Menschen, die zu mir sagen, Olli, ich sehe da bei deinen Instagram-Stories immer Achterbahn. Passt das denn zu jemandem, der sich mit Vertrieb beschäftigt? Und weißt du was? Ja, das passt. Weil das bin ich. Ich liebe es unter anderem einfach Achterbahn zu fahren. Und weil ich jemanden aus dieser Branche geschäftlich unterstütze, lasse ich mir natürlich nicht die Gelegenheit entgehen und fahre regelmäßig Achterbahn. Weil das bin halt eben ich. Und dann gibt es wiederum Menschen, die meinen, ja Olli, das mit deinem Podcast, da hören sich gewisse Dinge immer so einstudiert an. Das kann ich doch nicht so eins zu eins für mich übernehmen. Weißt du was? Diese Menschen haben Recht. Weil es ist einfach nicht authentisch. Weil es kommt eben nicht von ihnen. Du hast jedoch die Möglichkeit, diese auf Erfolg getesteten Argumente als deine eigene Vorlage weiterzuentwickeln. Und nur du bist derjenige, der sich damit nachher wohlfühlen darf. Andere sagen auch zu mir, Olli, wenn du immer so am Telefon was sagst, das klingt immer so locker und kommt immer so spontan rüber, das möchte ich auch unbedingt können. Und weißt du was? Das kannst du auch. Nur solltest du unbedingt eine Sache dabei beachten. Es muss sich auch nach dir anhören. Das, was ich am Telefon sage, das bin dann auch wirklich ich. Spätestens als ich mich dann vor dieser harten Businessmanrolle irgendwann mal verabschiedet habe und mich in die Person zurückverwandelt habe, die ich wirklich bin, lief es auf einmal auch wieder viel besser in der Akquise. Weil das war auch wirklich ich. Und diese Rolle des Businessmenschen war einfach sehr, sehr anstrengend für mich und hat mich auf Dauer auch einfach müde gemacht. Und die Menschen, die mich nachher auch persönlich kennengelernt haben, haben auch direkt gemerkt, Mann, das sind ja wirklich sie. Sie sind ja in echt genauso wie am Telefon. Und solch eine Aussage ist das Beste, was dir als Verkäufer passieren kann, weil damit bestätigst du eins, du bist authentisch. Ich bin zum Beispiel jemand, der liebt einfach das Thema Humor. Ich lache gerne, mache gerne mal den ein oder anderen Spruch und ja, das bin halt eben ich. Und genauso verpacke ich mit meinem Humor die richtigen Argumente, um meine Kunden damit zu überzeugen. Weil sie dann eins bekommen, jemanden, der ihnen dabei hilft, verkäuferisch vorwärts zu kommen und jemanden, der dabei auch wirklich authentisch ist. Genau das sind die Dinge, die wir zum Beispiel in meinem 60-Minuten-Telefontraining üben, so dass ich direkt erkenne, ist das authentisch, was du mir da erzählst oder wirkt das nur Callcenter-mäßig einstudiert. Und das ist jetzt keine Abwertung gegen Callcenter-Mitarbeiter, nur, was ist dir denn lieber? Jemand, der wie ein Roboter alles vorliest oder jemand, der ehrliches Interesse zeigt und dabei auch noch völlig authentisch ist? Wenn du jetzt wissen möchtest, was sich hinter diesem 60-Minuten-Telefontraining verbirgt, packe ich dir den Link einfach mal mit in die Shownotes und vielleicht hören wir uns beide ja demnächst am Telefon und wir trainieren mal gemeinsam natürlich völlig authentisch auf deinen nächsten Akquisetermin hin. Zum Abschluss möchte ich dir einfach noch mal kurz sagen, bleibe auf keinen Fall so, wie du bist, sondern versuche regelmäßig daran zu arbeiten, noch besser zu werden. Bleib jedoch eins dabei, bleibe du selbst. Und dann kommt auch der Erfolg als Verkäufer, der dir wirklich zusteht. Ich würde mich freuen, wenn ich dich dabei unterstützen kann, eventuell schon mit der nächsten Podcast-Folge. Darum freue ich mich natürlich auch, wenn du da wieder einschaltest und jetzt wünsche ich dir eine erfolgreiche und authentische Woche und wir hören uns, wenn du wieder möchtest, in der nächsten Podcast-Folge wieder. Das war dein Oliver. Bis dahin. Mach's gut.